Das erste habe ich mit der Geschmutz-Effekt Androide Sniper-Rifern, nur dem, nur demnisch Sniper-Rifern, nur demnisch Möchtelebe ich spüschkattet, mit der Scherpze ist das, was ich habe, 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 was ich habe. Du, 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 du Du, 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 du Ich habe einen Schwerpunkt für die Grusome-Krime-Storys. Die Geschichte von Ardath-Yakshi in der uns. Natürlich, sie wahrscheinlich nicht wahr. Aber sie waren sehr glücklich. Ich würde gerne lesen. Ich bin auch. Aber wenn du mit dem Lichtstuhl musst, du musst die Dinge hinterlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bibi, did I see you unpacking the other day? And then packing and then unpacking? Was? Nein. Vielleicht. Trying to keep me on my toes? Just keeping me on my toes, actually. Our friend was calling from a Kettbunker? Weird. We don't know he's a friend. I'm outta here, I'm outta here. No, no, no. Not here, I'm outta here. I know, we've got to go. Oh, damn. No. Oh, yeah. No, it's just a gun. Yeah, you wanna go? Oh, yeah. Oh, man. Die Arme ist weg. Nein, nicht hier. Nein, ich habe nur noch einen Tag. Und wie ist die ganze Zeit? Ja, es ist gut, ich bin gespannt. Ist das dein Handwerk? Absa-fucking-lutli. Name ist Bane Massani. Kett-Hunting ist ein Hobby von mir. Planet's a Kett Magnet. I've been tracking them down, marking locations to target. You took out the Crown Jewel, but the Bastards still have a presence here. You want to protect that shiny new outpost? You better wipe them out. I'll do whatever I can to keep Padromos safe. Glad to hear it. Sending nav points to your Omnitool. Eventually we'll want to hit the Crown Jewel, their main base. But I don't think you're ready for that yet. I'll cut my teeth on the smaller targets. Smart woman. Happy hunting, Pathfinder. You obviously weren't a Kett hunter back in the Milky Way. No, I worked in the private security sector. Pay was good, but the job bored me. A buddy of mine told me about the initiative. Thought it would be a hell of an adventure. Bring any family with you? Hell no. My mom died when I was a kid. Never met my father. But he was a big-time merc. All I know is he gave me his name and nothing else. You didn't come to Eos with Bradley's team. No, I'm one of Tan's scary exiles. Left the Nexus after the Uprising. Been planet hopping ever since. Hunting Kett. Not sure anyone likes the Kett, but you really seem to hate them. What can I say? They're ugly. And I'm a man about aesthetics. Hmm, fact. Uprising system is fact. Why did you join the Uprising? Didn't like how they played God. Deciding who woke up when. So, I played mutineer. And things didn't pan out. I went my own way. You didn't want to stay with the other exiles? Honestly, most exiles are arseholes. And not the lovable kind. Why do you think the Kett are drawn to Eos? In my experience, they go wherever those weird-ass structures are. No idea why. I gave up questioning the damn things. Better to just put a bullet in their head. Stay safe, Masani. That's the goal. That's the goal. You can't stop and stop. That's the goal. That's the goal. Was ist das? Das ist ein Schrago, wenn ich das... Ich bin ja, ich bin ja... Ja, ich bin 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 ja. Oh, das ist ein Rage of Cain, aber das ist ein Rage of Cain. Ich bin bereit. 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 Dann. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich werde die ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Good targeting! ... Ich glaube, das ist die letzte Zeit. Ich glaube, das ist die letzte Zeit. Das war's für heute. Ich bin Victor. Ich bin Victor. Ich habe einen Hörbuch, aber ich habe das hier gemacht. Ich habe jetzt einen Hörbuch, ich habe einen Hörbuch. Ich habe einen Hörbuch, ich habe einen Hörbuch. Vielen Dank. Ich habe hier die Späne gespäne. Ich habe hier die Späne gespäne gespäne. Danke lieber immer noch mal die ... peur du vielleicht? Ich bin ein Furcht,dem ich alleine bin? Ich bin ein Erquip, ich bin ein Erquip... Das ist ja auch. Aber jetzt einmal была die Handlung bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020 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 $%&%&%&%$%&%&%&&$%&&$%&%&%&%%&%£$%&%$&$%&&%%$% einfach! Eine Räs-%£$%&! Leading Atmel. All clear. Find my key in the kitchen. Ryder. Let me see if I can see the next one. Let me see if I can see the next one. I don't know. Ich würde euch helfen in der ersten Kutatauk. Ich werde die ersten Kutatauk. Ich werde das Auto mit der Kutatauk. Ich weiß nicht, ob das Auto ist, oder? Ich will das nicht schicken, ich will das nicht schicken. Hallo Sarah! Danke, Sam. Nothing more. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Oh. Oh, mein Goethe ist wieder. Aber wir können auch noch ein paar Ideen, wenn ihr das gesagt habt. Du wieder? Was soll ich denn? Willst du mehr über meine Kinder-Log-Cabin? Du wirklich nicht erzählst mir was du arbeitest? Das stimmt, nächste Frage. Was soll ich denn? Hm, flirterk. Du sagst, du kam in Andromeda mit jemandem. Nichts geht bei dir. Guess das ist warum du die Pathfinder bist. Nur eine Freundin. Die Freundin, die mich erst früh aufgewacht hat. Aber jetzt ist sie nicht das. Es ist besser zu venture in das Unbekannte, ohne Verständnis oder Entanglement, nicht du denkst? A bestimmte Identität könnte helfen, ja? Genau. Ich will nichts mehr aufzunehmen. Was hast du mit dem Remnant? Das stimmt. Das stimmt. Das ist eine technische Spezies, die keiner weiß überhaupt nichts über. Es wird nicht mehr intriguer als das. Es ist so viel zu finden. Ich möchte die erste herausfinden. Und die Technik? Es ist auf eine unterschiedliche Größe. Wenn wir es erreichen können, wer weiß, was wir machen? Wie liebte die Team? Interessant. Ich habe ein guter Gefühl von Vetra. Nicht dein typischer, militär-minded Turian. Liam seems a lively one. I expect he'll surprise me. Drak is... well... old. Wonder if he can still learn new tricks. And Jahl. That book hasn't even been written yet, has it? Exciting. What about... Gale smacks of complication. Might take some unraveling. Calo and Suvi seem... busy. Hope they aren't all work, work, work. Who's left? Well, there's... Oh, right. Korra. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? Oh. Is it my turn to talk? Heh. Sorry. Yeah. I should work on my motor. You might find that people reveal themselves more freely if you give them a chance. Korra included. Really good advice. There's also Lexi, our doctor. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch. Hmm. You're off the hook, PB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. Thanks, Doctor. I'm sorry. You're not sure. Any more Commando War stories? We once infiltrated a dangerous cult by posing as new initiates. Valenza hated it. She was... like our Padre. The cult, that perversion of faith, really upset her. How did you stop them? Nassira beten, dass Valenza zu sein, dass sie puriert wurde von evil. Sie war gezwungen, mit der Kult-Leader. Valenza shotte sie, und dann prayedte für sie. See you later, Korra. I'll be here. Yes? I'm totally sorry. You're messing with me, right? Possibly. What does that mean? It's an idiom. It means you're joking, trying to make me feel uncomfortable. Ah, then no. Ephra instructed me to be cautious. I'm not very good at being cautious. That's enough. Until we've established a better trust with each other. I'll be comfortable. Das stimmt eigentlich nicht noch. Bein de protests. Are you still here? Are you still here? Not looking at yourself, but we've got to die. Ah. Have you talked with Jarl much? Oh yeah, tell your swear words. Long time no chat. What's up? Are you sure we can keep the Scourge damage under control? Never seen anything like the Scourge, what it does to our tech. It's keeping me on my toes, but that's when I do my best work. In a way, I guess I'm grateful. Well, you're welcome. Don't do me any favors. Don't worry, Ryder. You're in good hands. What's your social circle like? I'm good for a laugh, so I know lots of people. But I don't let too many in. My one true friend is stationed on the Nexus. She's the only piece of the Milky Way I brought with me. The more you and I get to know each other, the more you'll probably hear about her. How tough was it on the Nexus all those months? Have you ever eaten overcooked space cow tongue? As in to everyone. Well then you know, it's super tough. Wondering if you're gonna die from a critical malfunction? Or maybe starvation? Imagining which would be worse? But hey, you could always take a break from the fear and boredom to dwell on being a part of the biggest failure in galactic history. Maybe even participate in a revolt. What was your take on that? I didn't place any bets, if that's what you're asking. Truth is, I don't think anyone made out particularly well. Whatever side you're on, you die a little when your brother, your teammate, becomes an enemy. We traveled all this way, all hope and wonder, and we end up fighting with each other over scraps. It's sad. Seems like we have a good group here. Well, Vetra and Suvi are my girls. Get along well. Lots of mutual respect. PB's a real sparkplug. I like her, but she's exhausting. Then Drax my kind of guy. Brash. Takes no shit. As far as your Hyperion peeps go, Doc's kind of nosy. Liam's good for a laugh or two. Cora, she's a bit by the book for me. Need somebody to keep the zoo in check. Zoo? You calling me an animal rider? Uh... Ooh, can I be a mongoose? They're like cool cobra killers. No, wait. How about a crow? Whoa, smart, irreverent, obnoxious. That's it. I'll take your word for it. What about Calo? He's a pilot. Which means? He flies the ship. We're leaving it at that then? Does a pathfinder know what to do with a dead end? Good talking to you, Gil. Any time. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. I'll be here if you need me. No home in sight. Everyone's getting toasty. There was a two hour argument yesterday and no one even knew how it started. That's not good. Luckily, I have the perfect way for people to unwind. Movie night. Taking a breather for a good movie? I could get behind that. Best part is, it doesn't need to be good. Still get mileage out of the bad ones. It's worth it to jumpstart everyone's pioneer spirit and all that. The Tempest database is pretty dry. Could you download a movie library from Nexus Ops? To see what I got to work with? Five times. Thanks. Everyone will appreciate it. But if you're talking about the video, you'll be able to film it. I'll 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 be able to film it. Good night. I would like to film it. I'll be able to film it later. OK, so this one'll take him to a party. Wir müssen die Piloten lernen. Es ist egal, wie du dich selbst verwendest. Mit deinem Gehirn, du wirst du ein paar Wochen adaptieren. Ja. Ich würde das auch noch nicht interessieren. Wir machen die Intelligenz. Untertitelung des ZDF, 2020 Anomaly on sensors Anomaly Ich habe etwas gemacht. I'm picking up something. Ja, was so. Ich aktiviere, ich akkolle. Anno, mehr ja ist egal. Probe's launched. Detecting what's left of a ship. Chill a kajou rutsch. Hör también. Hörme, car Isidens. Isto ajáltás, hihenzik el, Zett. Es ist a kifusztott de roncsot, ha beleöle, lefug minden. Mas nicht so weit. Ich bin ein Wälder, ich bin ein Wälder. 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 Ich bin ein Wälder. Ja mit der Leitung. Null die Kälte. Ich bin hier, da gibt es ein bisschen mehr. Die Dürün Dürün Dürün. Und dann haben wir die Wotung. ... ... ... ... ... Anomaly detected Oktober. Probe launched. I found something. Octavulcan. Ich dachte, was das nicht in Bordecapto geht. Hefff! I muss das! Hefff! 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 Holan a Tokkón akarunk? Ach, ich habe mir einen Treck gehabt. Ich habe es mir einen Treck gehabt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mom was just trying to prepare him Even though all human beings one day expire Yeah, but when it's someone you love, it's not that cut and dry I'm beginning to understand where your father's resolve came from Private audio locks are now available in your father's quarters I detect additional memories, but they are currently locked They may get all answers Okay, I'll keep working on it That's all for now Of course Your father's personal locks Give me that Alec We've heard enough of you talking Right So here's the irony My research on biotic implants and iso caused this stupid disease But maybe it'll save me too Maybe about it Hey, this is my secret log Anyway, the right type of implant joined with the right type of AI Could actually bolster human physiology Even as the disease is trying to kill me The implant and Sam are counteracting it Keeping things balanced Result? I get to hang around a little longer Maybe collect on all those anniversary dinners this guy owes me As a quarian and historian, how do you view your people's reaction to the geth? Well, we banned artificial intelligence, which was understandable, but that was taking a hammer to a rather delicate nail Which was what? The very thing that sparked a revolt The first geth who asked us Creator Does this unit have a soul? But how could it have a soul? Geth had no meaningful perceptions of the world or diversity of experiences we take for granted Worse The geth saw us as the creator A revolt was inevitable We were their superiors And they resented it Make it so sound And It's a shadow broke It's a sound like Ryder Marlebone says you're looking for me It's not every day an XN7 looks for the shadow broker Anything you can add Provided you can pay Especially when the tech involves artificial intelligence The council will have specters all over my ass They can't win this Translation I'll get you the code you want But the price just doubled If you try to renege, I've got people People with guns You can't run Ja, keine Maschinen, keine Maschinen. Vielen Dank. Ja, azt akartam megnézni. Teljesített különítések. Majd tempestán van egy eléhele törénykíván. Könyvtárban mozire törtése megszünt. A várja nem tudom még különítünk, hogy meg keres különít. Köszönöm. 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 Wir wollen den Todorra. Oh, ich kann nicht warten, nach Aya zu gehen. Für all of us. True. But hey, at least now we know one exists, right? I know you'll do it. Keep up the good work, Pathfinder. 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 Ich habe einen Freund, die kam auf den Salarien zu verabschieden. Das ist nicht... Gut. Verdammt, Exiles. Heute hat nicht ein guter Tag. Wo ist das? Ich habe das, was ich nicht gemacht. Es wäre schön, wenn die Leute, die ihr verletzt, einfach nur sie ihre eigene Geschäftsfälle zu machen. Aber sie würde es niemals. Das ist eine lustige Sache. Die Leute, die ihr verletzt, mind ihre eigene Geschäftsfälle. Und dann ist es super einfach, was sie haben. Vielleicht, wenn du sie herausfassst, du kannst das alles wiederholen. Ah, da wollen sie, dass sie das alles wiederholen können. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es nicht. 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 Das war ein Schuss. Ich weiß es nicht, dass ich das ganze Sam-Bereich verletzt habe. Aber es war ziemlich großartig. Das war. Ich weiß es nicht, dass wir das machen können. Das war. Es ist nur, wenn du glaubst, dass du alles gesehen hast. Und hier eine 600 Jahre lang nach einer neuen Galaxie war, wie eine Science-Fizie. Das war ein bisschen anders. Es war ein bisschen anders. Und du und Lexi haben sich die Arbeitsplätze verletzt? Du kennst das Moment, als du das wissen, dass du einfach zu alt bist? Ah. Ha, genau. So, wie ich zu sprechen. Ich glaube, es passiert. Für mich war es Habitat 7. Siehst du, die Leute rum, die Leitungen und die Katzen, das ist ein junger Mann. Es tut mir leid, aber es hat mich übergebracht. Also hat es Sinn gemacht, dass ich Lexi und ich verabschiede. Sie ist jünger? Ja, für Asari. Sie sind noch ein Kind, wenn sie 200 Jahre alt sind. Und sie ist eine Herrliche Doktor. Sie wird die Tempeste gut sein. Das ist alles, Harry. Danke. Ich werde hier, wenn Sie mich brauchen. Ich werde hier auch aufgewachsen. Ich habe mir noch nicht mehr Zeit, zu den tiden. Die Autorität haben keine Worten auf der Prüfung, und die anderen besucht, die Besucher 넣고 steigen den Erdung. Das ist H&S. Das ist kein Bilge. Das war er. Was für ein Mann! Ihr habt mir seine Ruhe. Es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr in Serbien haben. und Das ist ungefähr so weit wie die nächsten Surveys können. Also, wir schauen, was hier steht. Anomaly auf Sensor. Deploying Probe. Trämmt ein großes Mineral Deposit. Das ist ein großes Mineral Deposit. Aluminium. Oh. Im Moment. Es ist ein Blutal, ist ein Blutal, ist ein Blutal. Siva Tag. Und extra. Let me clean it up, Dad. 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 Hier geht's. going die 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 Das ist die Többläser und die Schubbäer-Növeli. Das ist die Többläser. Das ist die Többläser. Das ist die Többläser. Das ist die Többläser. ... ... ... ... Wir können die Kötter nicht erheben. Die Kötter sind die Kötter. Die Kötter sind die Kötter. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was? 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 What? Was? 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 Getsen. Bäh! Warf! Getsen mit. Ein paar Schreckung! Untertitelung des ZDF, 2020